Nein, nicht passiert. Wenn ich das sage und vorher... Physik hat deutliche... Berechnung von Momenten und die Kraft von Energie. Die Wiedischen Wissenschaften dass all das existiert. Dass egal was passiert, ich sterbe nicht. Und ich dennoch mit trotz Karma wiederkehren muss, immer wieder. Wenn ich komme, bringe ich Begierden mit, dann werde ich nicht zurück in diesem Welt, weil die Entdeckung nicht mehr ist. Weil es unser Geist ist, der an dieser Welt haftet. Es ist unser Geist, der uns aus dieser Welt rauskommt. Weil wir Menschen sind. Wir haben die Wissenschaften entwickelt. Wir haben die Physik entwickelt. Wir haben die Organischen Chemie entwickelt. Wir haben die Biologie entwickelt. Damit die Welt zugänglich ist und wir keine Angst haben brauchen. Damit ich sagen kann, ich fühle mich sicher. Danke, Gott bless Sie. Vielen Dank. Meine Frage ist, wenn ich meditiere, das kann man in Prana und dann hat man Zugriff auf Akashas vielleicht. Ist das nicht falsch, wenn man das in einem Job oder Karriere oder in einem Job, wo man in einem großen Unternehmer arbeitet, wo andere Menschen ausbeutet? Ist das das Wahre? Sucht man das beim Meditieren? Erstens. Und zweitens, wie kann man sich schützen durch diese ganzen Negativitäten und diese Welt, Armut, Ausbeutung, Hunger, Tod? Wie kann man das nicht an sich ranlassen? Sonderes, wie man das gesehen hat. Ganz kurz vorweggenommen, das war die letzte Frage für heute erstmal. Vielen Dank. So the question was, the first question was, when one goes working like in the finance, with the banks, can this be right? Why would people go for a job like this? And the second question was, how can be not touched by all this negativity taking place? Even like if I'm willing to keep away from all this, how can I keep the distance? See, to work anywhere, you can work. Egal wo ihr arbeiten wollt, es ist kein Problem, man kann überall arbeiten. Eure Arbeit kommt durch eure Erlebnisse. What subject you know this year, but for what future you are in this world. Maybe finance also is your selection of work. You can work, but benefit, you need to have a benefit. But if you can think that you give a benefit to the others, then that will be useful. In this world, there is no possibility to live without competition, without jealousy. Ohne Wettkampf und Eifersucht zu lieben. So, you have to make a competition to success yourself. You have to live in a jealous, because you want success, you want beautiful things. Because the world is an organization. Every organization, they work for their organization. So you will find many societies, many companies, many management, many organizations. Everybody wants to have their benefits. They don't see others, they see only their benefits. If you want to become out of all these issues, then really you have to meditate. Meditation can make you separate from Hebrew things. Meditation can make you separate from everything. It will ask you to live, as a simple way in this world. Not just struggling, not fighting to become rich. Not fighting to have a beautiful face. Not fighting to have a beautiful face. Not fighting to show your beauty, show your face, show your ego. Meditation will make you surrender. Meditation bedeutet Hingabe, Aufgabe. Ich bin so und alles ist gut, wie es ist. Ich bin so schön, wie ich bin. Was immer Karma mir gegeben wurde als Geschenk, ich glaube daran. Eure Befriedigung, euer Bewusstsein beschert euch dann ein schönes Leben ohne jegliche Abhängigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Wir auch nochmals von unserer Seite einen ganz, ganz großen Dank an diejenigen, die geholfen haben, das Ganze zu ermöglichen. Pilot Baba hat einige unterschiedliche Seiten. Es gibt auch die unterschiedlichen Möglichkeiten bestimmte Retreats in Indien auch zu besuchen. Alles, worüber hier gesprochen wurde, gibt es tatsächlich in Buch gefasst. Die Wissenschaften sind dann auch ein bisschen versimpelt und deutlicher auch in den Büchern vorzufinden. Bei den Seiten wie pilotbaba.com.org, pilotbaba.de und pilotbaba.de könnt ihr einiges herausfinden, was es so gibt und könnt dann in Verbindung treten mit den Organisationen von Pilot Baba und sicherlich dann auch noch einige Möglichkeiten haben, das gesamte Wissen zu vertiefen. Vielen Dank auch von der Seite von The World Meditates und Essen meditiert. Einen wunderschönen Abend und vielleicht bis bald. Danke. Namaskar. Vielen Dank.